Gehen wir uns an den Hilo! Willkommen zurück! Ja, Brunhilo, da musst du das selbst machen, weil das... Ich höre! Du hast dich, das machst du eh richtig. Bis du da bist, lieber Gunther, ist alles vorbei. Verstelle mich meine Beine tragen! Durchhalten, Brunhilo! Auf Empfang! Auf ihn zuerst! Du hast einen überflüssig gemacht! Sehr schön, sehr schön! Da aufmachen! Wenn es der Sache dient! Kommandant! Gott sei Dank! Was soll dieser Irrsinn? Sie sagen, der Kaiser sei tot! Sie nehmen Leute ohne Haftbefehl fest! Wir haben Schüsse gehört! Alles wird wieder gut! Bringen Sie alle über die Grenze! Versammeln Sie möglichst viele Menschen, die Friedrich und mir gegenüber loyal sind! Ihr habt ihn gehört! Wer nicht kämpfen kann, geht über die Grenze! Der Rest bleibt! So habe ich das nicht... Na schön! Sieht aus, als hätte ich Zeit für eine Pfeife! Wie kann ich helfen? Ich mache mich auf den Weg! Und gehen da weiter! Weil er ist eh nicht so schlecht drauf! Jetzt sind Stufe 3 jetzt! 1000 Hitpoints! So viel wie Brunhilde, glaube ich! Na fast! Auf der Stelle! So schnell mich meine Beine tragen! So jetzt schauen wir da mal! Zeig mir was mich dort erwartet! Eine Brücke! Ich halte die Augen nach Ärger offen! Lauf voraus! Und da ist auch noch eine Brücke! Okay! Wer ist denn mit? So schnell mich meine Beine tragen! Oh ja, der ist ja! Aber wo? Da oben! Jetzt machen die da oben! Ganz vorsichtig! Wilhelms Männer könnten überlauern! Das ist richtig! Der Fünf! So, die machen wir dann mal kaputt! Los! Wo einer ist, können noch mehr sein! Da sind auch noch welche! Flucht ist keine Option mehr! Granate! Angriff! So! Oh, nice! Dieser alte Hund kann noch zubeißen! Was denn? Ne! Dann gleich daneben! Politische Treffer oder so! Okay! Dann! Da unten sind noch welche! So schnell mich meine Beine tragen! Wieso gehst du nicht daher einfach? Weiß man nicht! Achso! Ah, okay! Der Gegner ist einladen gesichtet! Da! Ich werde sie aufhalten! Bei einem kurzen Prozess belegen! Die ist also heute noch zubeißen! Sehr gut! Ich werde sie aufhalten! Entdeckung kann man das sowieso nicht tun! Ich halte den Kopf unten! Ich angriff! Mal recht! Da müsste ich geschützt sein! Auf der Stelle! Oho! Oho! Okay! Das können wir vielleicht... Ah ja! Da wären jetzt die Granaten gut! Was benötigt das Imperium? Wir decken uns mit Granaten ein! Ich sehe eine feindliche Einheit! Oho! Ich sehe eine feindliche Einheit! Oho! 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 Was hat er jetzt kaputt gemacht? Soo, die patrouillieren da anscheinend! Na gut! Da kam er ja vorbei! Okay! Okay! Das geht nicht weg, so lange... Also sobald man es einklickt mit irgendjemandem! Ich kann mich nicht erinnern, wann mir die Füße zuletzt so wehgetan haben! Ich nehme an, ich werde gebraucht! Sieht gut aus! Sie nehmen mich aufs Korn! Oho! 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 Sturmtruppen bereit! Granaten werden ausgerüstet! So! Und dann irgendwo verstecken oder so? Die Söhne des Imperiums sind bereit für die Schlacht! Kommen wir da rauf! Ich halte die Augen nach Herger offen! Was machen die? Kommen die jetzt echt da rauf zu uns? Da drin finde ich... Ich werde gebraucht! Sturmtruppen bereit! Läuft wirklich! Garnat in der Luft! Halt an! Was benötigt das Empedium? Wir greifen an! Bleiben wir in den Köder! Bleiben wir in den Köder! Bleiben wir in den Köder! Wir haben Basis meins Zeit! Keine Gnade! Erkennst du dir bitte? Für den Kaiser! Für die Kaiser! Hallo? Danke! So! Hier drin bin ich niemandem meine Hilfe! Was macht sie? Wir brauchen aber keine Pioniere! Oh, Pioniere könnten die Brunde. Hilde, reparieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir brauchen mal das Öl. Reparieren. Geht's jetzt da? Wir sind bereit. Sind unterwegs. Die kann man auch relativ leicht dann noch... Wir arbeiten uns vor. ...ausschalten, so. Wo einer ist, können doch mehr sein. Nein, ist gut. Ihr seid da jetzt. Und wenn ich euch jetzt sage, repariert's die. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Okay, dann rennt sie da runter. Ich sage mal F5. So. Raus damit. Die Reise von uns endet das hier im Graben. Ich werde sie aufhören. Ich will rennen. Ich habe eine Gegner, die Scheinheit ist. Ich will das hier zur Hände bringen. Hm, dann schauen wir mal. Ich will das keine Option. Mein Gehirn da hier drüben. Hui. Wie kann ich helfen? Nein? Wo rennt sie denn schon wieder hin? Da lang! Sind unterwegs. So, pass auf, den laden wir da nochmal, weil das war eh nicht so gut. Den gehen wir da gleich mit ihm ins Gebäude. Hier war eins. Hoffentlich. Schneller laden. Komm, hopp! Woher ist, können noch mehr sein? Ja. Da drin finde ich ein wenig Deckung. Raus damit. Sturmtruppen bereit. Irgendwo da her. Wir arbeiten uns vor. Rein, füllen Sie da ab, ist das hier im Grab. Ich werde das hier zur Hand bringen. Wir haben einen Gegner gefunden. Sturmtruppen bereit. Dann mal los. Wir sind bereit. F5. So, jetzt müssen wir nur mit denen da vorbei. Wir arbeiten uns vor. Genau. Dann mal los. Wer steht da? Wir arbeiten uns vor. Wir verstecken uns da. Sehr gut, sehr gut. Nutzt diese Deckung. Sind unterwegs. Ein Gegner hier drüben. Aber die sehen uns nicht. Dann mal los. Dann mal los. Wir beheben die Schäden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie kann ich helfen? Du gehst da raus. Und sammelst das ein. Das gibt Öl. Wir haben eine gegnerische Einheit gesichtet. Wo denn? Warte. Nein. So, 51 Öl. Und jetzt plötzlich haben wir 49. Was? Was? Was machst du? Fast fertig mit dem Öl. Nein. Ach so. Fast fertig mit der Reparatur. Wir sind ein gutes Team. Ich habe neue Laufbursche. Oje. Oje. Habe ich da eh keine Blödsinn gemacht? Geht sich das jetzt hier aus mit dem Öl, weil ich es repariert habe? Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Wir laden da jetzt nochmal Sicherheitshalber. Und dann speichern wir Sicherheitshalber. Nämlich gescheit, weil wenn ich dann nicht mehr genug Öl zusammenbringe, weil die die reparieren, das wäre dann äußerst unerfreulich. Wenn wir dann alles nochmal spielen müssen. Deswegen. Was benötigt das Imperium? Dann mal los. Auf dem Weg. Wir suchen uns Deckung. Dann mal los. Gegner entdeckt. Ja, alles gut. Wir arbeiten uns vor. Wir verstecken uns hier. Ein Gegner hier drüben. Zeit für eine Spritzfahrt. Hier geht es da mal rein. Eine Spritzfahrt also. So. Sind wir da mal drin. Wir brauchen kein Öl. Wir gehören da mal raus. So dann. Jetzt speichern wir mal richtig. Spiel speichern. Spiel speichern. So, okay. Fast fertig mit dem Öl. Fast fertig mit der Reparatur. 70 haben wir schon. Wir sind ein gutes Team. Ich bin nur ihr Laufbursche. F5. Man wird nicht so alt wie ich, wenn man unvorsichtig ist. Los! So, da. Sie nehmen mich an den Räumen, die ich ein wenig darf. So, da rausschießen. Da kann er rausschießen. Sehr schön, sehr schön. Yes, muss er raus und schnell da rein. Kann er wieder rausschießen. Aus dem Fenster nämlich. Das ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Total begeistert. F5. Gut. Dann raus mit dir wieder. Wie kann ich helfen? Wir brauchen noch ein bisschen Öl hier raus. Hier drin bin ich niemandem, meine Hilfe. Ich beeil mich. Danke. Ich brauche nichts, doch. Ich gehe rein. Schnell. Da sind Polizei, Wache und Gefängnis. Wenn ich unauffällig Leute einsperren wollte, würde ich es hier tun. Okay. Ist da ein Fenster? Da sind Fenster. Ist da... Sind Fenster? Da drin finde ich ein wenig Deckung. Na dann. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Schießt du nichts? Na komm. Ich gehe jetzt. Das geht nicht. Verzeih mir mal die alten Beine zu vertreten. Wie kann ich helfen? Schießen. Ist da fertig? Ja, na also. Kommst du noch? Oder? Hier drin bin ich niemandem. Meine Hilfe. Diese Reichter und Verlust zuweisen, dass hier im Grab... Boom. Außer Siegebarung und auf den Seiten gesichtet. Okay. F5. Das ist doch einwandfrei. Das schaffe ich sogar mit verbundenen... Ich gehe rein. Sind da Fenster? Das schaffe ich wieder nicht. Wieder raus. Verzeih mir mal die alten Beine zu vertreten. Ich werde das nicht zur Höhe bringen. Boom. Sehr schön. Jetzt kommt er wieder. Er ist schon ein Lästchen. Oh, Moment. Ja, komm du hast. Okay. hier drin bin ich niemandem meine hilfe guter plan ist da da ist noch öl nichts davon wird verkommen holen wir mal das öl da ein feindlicher totenverband ich gehe rein da drin finde ich ein wenig steckung gut dann los geht es raus damit schießen schneller schießen bitte oh 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 das ist viele häuser was versucht immer es gibt keine fenster in diesem gebäude sehr schön ausgezeichnet ist das auch so reichwerte oder was hm wird zeit mir mal die alten beine zu vertreten ist da noch rein hier drin bin ich niemandem meine hilfe so in den häusern zu verschanzen ist ja echt ziemlich cool raus damit ach na gut wird zeit mir mal die alten beine zu vertreten ja ok passt haben wir da schon das öl jetzt nein das werden wir brauchen dann kann sich die brunnhilde mal fertig reparieren neues primärziel erhalten das sie brauchen von duisburg hier ist viel bewegung eisenhans infanterie und ein isegrem die meinen es diesmal ernst durchhalte wir haben es in ordnung kommandant ich wusste sie lassen niemanden zurück die haben sie einen feind des throns genannt und ich habe gesagt wenn gunther von duisburg ein feind des throns ist dann bin ich das auch da haben sie mich festgenommen sie wissen eben immer noch nicht wann sie den wind retten sollen bringe sie alle über die brücke ich komme so schnell ich kann wie hast du dich hier tut was der kommandant sagt hm na schön also nur dass ich mir die peinstellung verkommen echt ok die können wir dann hier reprobieren die kannst du wirklich hier so hinführen kannst du kannst du doch immer nicht bewegen hm so bleib mal und jetzt Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ihr da raus? Nein, nicht... Oder ihr macht sie kaputt. Wir versuchen nur durch meine Panzerung zu kommen. Nein, die steigen auf. Wir ziehen euch raus! Wir brauchen hier andere Waffen! Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. So, bevor wir das Öl sammeln... Lassen wir die frei. Jemand hat, jemand hat, jemand hat auf mich geschossen! Wir sind feindliche Einheiten! Verstehen wir im kritischen Bereich! Warum jetzt? Hat das noch nicht gespeichert? Nicht gut. Vorsicht beim letzten Schritt! Durchhalten, Brunnhilde! Ja! Sie kämen mich übel aus! Wählt eure Ziele! Ihr sollt's raus! Danke! Wir beheben die Schäden! Gegner entdeckt! Versuch nur durch meine Panzerung zu kommen! Wie rennst denn du jetzt? Wie rennst denn du jetzt? Oiioi... Jemand hat auf mich geschossen! Ja ja, ist gut... Ich höre aus. Gegner entdeckt. Und er ist nicht allein. Systeme im kritischen Bereich. Bereit für einen Feldversuch. Versucht nur durch meine Panzer umzukommen. So, ihr geht's da jetzt mal weg. Die machen zwischen die kaputt da. Bitte. Sturmtruppen bereit. Ich ziehe mich übel aus. Ich bin Kaiser. Was benötigt, dass wir... Jemand kann auf mich geschlossen werden. Gehen wir hier drüben. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Sind wir in den Kessischen Reich? Uiuiuiuiui. Versucht nur durch meine Panzerung zu kommen. Das sieht ziemlich übel aus. Geh, das gibt's doch nichts. Muss man damit arbeiten. Das gibt's nicht, was haben wir für eine Panzerung? Gleich die Panzerung. So. Ach, das ist doch dumm. Verzeihung. Gut, dann müssen wir mit einem zurücklaufen da. Demutat, 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 demutat. Die Panzerung. Nehmen mich übel aus. Wie kann ich helfen? Ein leichtes... Wir brauchen Maschinengewehre. Bereit für einen Feldversuch. Das Imperium. Zeit zu Fuß. Versucht nur durch meine Panzerung zu kommen. Geh, das ist nicht recht. Frieder hier. Oh, wieso haben die vorher so lange gelebt? Jemand hat auf mich geschossen! Oh, der ist mir so langsam! Das sieht ziemlich übel aus! Bereit für ein Fest! Warten auf Anweisungen! Schade, dass Bruneel hier nicht lang kann. Das würde die Sache vereinfacht. Endlich wir haben schon Schlimmeres repariert. Echt jetzt! Echt jetzt! Echt jetzt! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Die Söhne des Imperiums sind bei uns für dich laut. Das sieht ziemlich übel aus! Jemand hat auf mich geschossen! Ich sehe hier eine verändrige Einheit! Spucken Sie raus! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier im kritischen Bereich! Verhält die Überzeugung, wo wir aufstehen! Oh! Wir sind hier im kritischen Bereich! Das ist doch! Das Bist du des Parcarnes! Weißt du was? Ich bin hier im Ausland! Aber hier ist ein künstler, weil die russisch umgegangen sind. Und ich bin hier im Duart! Ich bin hier im Aktienz! Und ich bin hier im Aktienz! Ich bin hier im Aktienz! Die Söhne ist dort! Ich bin hier im Aktienz! Du bist jetzt hier auch nicht! Und hier ist hier im Aktienz zu stehen! Und hier ist hier im Aktienz. Meisterschreiter, ja, müssen wir das laden. Eieieiei, das heißt, wir müssen zuerst der Brunhilde reparieren. Okay, das mit Öl, das wird sich schon ausgehen. Gegnerische Einheiten, wir sind fast fertig mit dem Öl. Fast fertig mit der Reparatur. Wir sind ein gutes Team. Ich bin nur ihr Laufbursche. Du warst, reparieren. Wir beheben die Schäden. Du. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Richtig, da rein. Raus damit, da drin finde ich ein wenig Deckung. So, dann sprechen wir gleich nochmal. Schnell, damit wir auch schnell wieder laden können. Frucht ist keine Option mehr. Ich sehe immer an, ich werde gebraucht. Und, schieß. Alles wieder in Ordnung. Brunhilde repariert, sehr gut. Ja, kommt's nur, kommt's nur. Schieß nur hin. Jetzt gehen sie wieder. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt gehen sie wieder. Und? Nein. Hier drin will ich niemandem, meine Hilfe. Okay. So, Hildi ist repariert, auf alle Fälle. Warten auf Anweisungen. Das heißt, ihr könnt wieder rein. Unsere Füße könnten eine Pause vertragen. Wird Zeit, mir mal die alten Beine zu vertreten. Mhm. Vertritt mal. Zwischen kannst du ein bisschen schießen. Mit deiner alten Wumme. Treffen wäre auch nicht schlecht. So, sobald wir genug Öl haben, glaube ich, zerriggern die Angriffe. Deswegen lassen wir uns da noch Zeit mit dem Öl und wir freuen uns zuerst dran, oder? Der hat gesessen. F5. Hier drin bin ich niemandem, meine Hilfe. Guter Plan. Da sind Polizei, Wache und Gefängnis. Wenn ich unauffällig Leute einsperren wollte, würde ich es hier tun. Ich gehe rein. Da schießt du wieder nicht raus, gell? Oh ja, da wird ein Füße drüber, okay. Muss ich mir noch treffen. Oie, der Mech. Wow. Ui. Polizei-Station. Lauf, lauf. So, okay. Wird Zeit, mir mal die alten Beine zu vertreten. Rein von uns spricht die Reine. Im Grab. Wo hast du? Wie kann ich helfen? Gut, 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 gut. Der Fünf. So, dann die schnell befreien. Hier drin bin ich niemandem, meine Hilfe. Und jetzt. Und jetzt. So schnell mich meine Beine tragen. Speichern. Wenn es der Sache dient. Okay, jetzt hören wir uns das nochmal an. Kommandant, ich wusste, Sie lassen niemanden zurück. Die haben Sie einen Feind des Throns genannt. Und ich habe gesagt, wenn Gunther von Duisburg ein Feind des Throns ist, dann bin ich das auch. Da haben Sie mich festgenommen. Sie wissen eben immer noch nicht, wann Sie den Mund halten sollten. Bringe Sie alle über die Brücke. Ich komme so schnell ich kann. Nein, wir kommen mit euch. Tut, was der Kommandant sagt. Hm, na schön. Okay. Hier drüben sind feindliche Einheiten. Was benötigt, dass wir den Mund mit Granaten ein? So. Die laufen da vorne. Ich habe jetzt Granaten. Das heißt, hier geht es dann mal runter zu Brunnhilde, bitte. Theoretisch. Ich sage mal Fünf. Und sage. Wo soll es da hinlaufen? Machen wir was? Sturmtruppen bereit. Daher. Wir arbeiten uns vor. Wenn alles gut geht. Brunnhilde läuft perfekt. Na warte mal, ihr könnt es da raus. Vorsicht beim letzten Schritt. Und euch irgendwo verstecken. Von da kommen dann überall Feinde. Warten auf Anweisungen. Sturmtruppen-Zeit für eine Spritzfahrt. Wir sind bereit. Und ihr? Auf dem Weg. Das geht nur daher. So ist es gut. So gefällt mir das. Fünf. Gut, da kann ich mit ihm Öl einsammeln gehen. Ich sehe ein wenig Deckung. Moment, da oben ist noch... Etliche Feindeinheiten entdeckt. Was? Oh. Wart mal gegen alle Scheinheiten gesichtet! Also danke für's Zuschauen! Bis bald! Tschüss!